Ich starte jetzt alle gleich zusammen. Ich hab's tatsächlich gefunden. Jetzt sehe ich noch wieder. Ich hab hier tatsächlich ein McDonalds gefunden. Da gehen wir gleich erst mal... Ah, eh, eh, eh. Hier ist aber wirklich der Verkehr. Ich versuch dann nachher mal mit dem Schneideprogramm. Ja, ja, ja. Zusammen zu mal. Hier ist ja auch bei McDonalds, das ist das gleiche Scheiß. Da sind auch überall Leute, die zwar nicht bewaffnet sind, aber schon... Ja, die können dann festnehmen. Aber... Ja, hier haben wir den McDonalds. Da gehe ich übrigens auch dreimal am Tag hin, wenn ich mal zwischendurch... Ich bin nicht fremd, in der Stadt, ich hab hier noch keine Wohnung. Meine Frau hat zwar hier einen Job, aber wir haben noch keine Wohnung, die wohnt in der Nachbarstadt. Und da, wenn, da wollte ich rein. In diese Wohnung will ich rein. 310 Euro warm, beziehungsweise kalt. Und daneben wäre 280 Euro. Und da in dem Turm wäre 450 Euro. Also da sind wir, und dahinter ist direkt die Deutsche Botschaft. Ja, in dem komischen Turm da, warte mal. Ja, in dem runden, halb angerundeten. Ja, ja. Ich versuch dann nachher mal zusammenzuschneiden. Oder ich mach Teil 1, Teil 2, 3, 3. Ich bin ja hier im McDonalds, da hab ich frühe WLAN. Und vor allem hab ich hier eine tolle Ecke gesaubern, oder? Dann wisst ihr Bescheid. Ich werbe mich später nochmal, wenn ich da ein schneideprogramm... Falls ich das schneideprogramm suchen sollte, dann sagt mir einfach Bescheid, wo ich es da finde. Bye bye. Bye bye.